Maggie Hart. Delirium Run. Seit wann hat der Maggie eine Pille? Okay. Ja, es geht immer noch nicht mit dem Filter. Ich kann den Filter noch nicht aktivieren, damit die Pixel weggehen. Och, ich steh. Einmal verklickt. Maggie ist ja so ein Hasscharakter von mir, ne? Die ist lahm. Die kriegt immer nur AP-Ups, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, was mit Maggie los ist. Aber was ich merke, in dem Creed Run, in dem Creed Hier Run, lernt man ausweichen. Das lernt man echt. Oh, guck mal da. Sehr schön. Och, guck mal, läuft. Ja, Mist, so knapp, ne? Was willst du machen? War das erste Mal, dass ich nicht... Beim letzten Run war ich ja vollkommen OP. Alter. Geht die mir nach hier? Bin doch ganz lieb. Mahlzeit. Ah, die Viecher. Da haben sie sich wirklich mal was beigedacht. Die sind so nervig. Ich seh müde aus. Seh ich müde aus? Banansk. Nach zwei Stunden bin ich nicht müde. Die Bible direkt mitnehmen, oder würde ich sagen? So. Ist doch schon mal ein Anfang. Ah. Komm, die Karte kaufen wir auch noch. Den sprengen wir auch noch. Danke. Und Schlüssel kaufen wir auch noch. So. Ich bin nicht müde, ne. Bin tiptop fit. Mir geht's nur noch ein Keks, dass ich eben diesen... Oh, oh. Oh, oh. Sackgasse. Dass ich diesen Greedier-Greed-Mode-Run so knapp verkackt habe. Das kannst du ja wahrscheinlich nachvollziehen. So. Nett. Oh yeah. Komm, bitte was Gutes. Are you a wizard? Toll. Können mich die normalen Telepills auch in Special-Räume porten? Das brauch ich natürlich. Ja. Okay. Könnten sie vielleicht. Ich werde es niemals rausfinden. Zumindest nicht jetzt. Oh. Hat sie ihn getroffen? Ja, einmal. Das ist der, der Bomben wirft, oder? Ich kann kein Damage auf den machen, wenn er das die ganze Zeit macht. Das ist der, der keine Bomben wirft. Genau so rum war das. Freitagsrhythmus. Hör auf mit dem Scheiß. Hallo. Hallo. Okay. Von 3,5 Damage auf 4,0 Damage. Sehr fett. Tear-Raid ist unangetastet. Sehr gut. Piepel haben wir. Weiter. Curse of the Darkness. Mhm, mhm, mhm. Gut. Ist halt einfach Maggie, ne? Dass ich mir auch immer die schweren Sachen am Anfang aussuche. Oh Gott. Okay. Da darf ich nicht rein. Ich hasse diesen Raum. Übrigens. Ich hasse den ohne Ende. Mit diesen Spinnen. Plus die Fliegen. Ich finde den echt hart. So. 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 Da ist der Eis im Raum. Da ist der Eis im Raum. Gib mir, gib mir was Gutes. Oh, WB-Anima. Ah, das ist Mist. Ja, Outmarsh vom Nehmen. Das war nicht so. Gib, glaube ich, nicht so viel Damage ab, aber... Damage ab ist Damage ab. Ach, Stepp. Wie blöd kann man sein? Ich habe den einfach nicht gesehen. Gott, wie arm. Gold ist schön. Schönes Starter-Trinket. Oh, weiß noch was. Two Bombs. Nichts, was mich wirklich interessiert. So, okay. Hier wird gleich der Boss sein irgendwo. Auch ein Nervraum, wenn die anfangen rumzuflippern. Ihr kennt das. Geht schon los, geht schon los. Okay. Zum Glück noch down. Hehehe, hat das Ding die Spinne gekillt. Wie geil. So ein Speed-Up würde ich sehr begrüßen. Schade. Ist das ein X-Steinchen? Nee. Rackman. Hallo, Rackman. Danke, I'm All. Und los geht's. Okay. Okay. Nichts mehr treffen lassen jetzt für ein Devil-Deal. Ich habe gut viele Herzchen. Könnte was Schönes rauskommen. Super. Nehmen wir. Oh yeah, zwei Copy-Items. I like. Okay. Okay. Ich glaube, ich nehme sogar das hier mit. Hm. Ich glaube, ich nehme das mit. Bei so vielen Herzen, Scheiß drauf. Machen kriegen wir auch so... Freaks Flow. Hi. Herzlich willkommen. Freut mich sehr. So, darum dürfen wir eh nicht rein. Ich hätte doch können nach den Geheimräumen suchen oder so, ne? Aber, was willst du machen? So. Ah. Okay. Schüsse sind noch ein bisschen mickrig. Du musst da aufpassen, der explodiert und schießt. Machen wir natürlich... Death. Okay. Oh. Das Missing-Poster. Super. Ah, ich kriege sie schon recht gut down. So ein kleines Damage ab noch, ein Tears ab noch. Dann bin ich zufrieden. Noch einen Schlüssel. Okay, da ist der Zweite. Jetzt können wir reingehen in den Shop. Wieder mal nichts Interessantes, ne? Schade. Okay. Sehr leichter Raum. Mag ich's. Oh, echt? Das ist so flitzekackig hier, ne? Die gelben. Okay. Maggie ist halt so lahm. Das ist echt so schlimm. Das dauert alles so lange. Oh. Oh. Fuck. Fuck. So, wend dir an, wenn die falsch richten, weil es keine Chance mehr auszuweichen. Oh mein Gott. Die sind echt hardcore, ne? Die hat nur einmal. Gottes Willen. Oh. 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 Schön. Bitte ein Speed-Up. Bitte ein Speed-Up. Irgendwo her. Bitte. Bitte. Ich habe keine Bomben. Und ich habe keine Schlüssel. Scheiße. Okay. Ich muss die Ebene leider wieder komplett machen. Hm. Ja. Ja, natürlich. Was ist das bitte? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wenn du lahm bist, ist das das I Am All. Ist schon geil. Und dann droppt die Sau nicht mal was. Doppel-Normi-Cluthoni und der droppt nix. Speed-Up. Speed-Up. I like. Sehr schön. Genau sowas habe ich mir gewünscht. Das ist das zweite Kapital, ne? Range up. Das ist das dritte schon. Uh. Bisschen Kappi. Tellerpill. Okay. Es kann mich in Geheimräumen porten. Das ist das dritte schon? Echt? Was habe ich denn noch? Gab ich... Ach, wie die Pau. Wir haben die Pau ja sogar behalten, ne? Ist ja schon geil. Ich kann ja fliegen jetzt. Okay, ich kann fliegen. Läuft. Wir sind immer noch super lahm. Da unten war noch eine Kiste. Na ja, Easy-Mode. Abwarten. Tick-Size. Abwarten. Bei so lahm und Maggie, ich... bin da immer ein bisschen vorsichtig. Gab es jetzt hier noch was, was ich mir kaufen könnte? Boah, nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Eine Bombe natürlich. Wir kommen zurück, Devil. Okay. Du hast nichts verpasst. Ich war ein Rauchen. Und ich bin Kappi. Tierrate ist noch ein bisschen niedrig, aber gut. Und ich versuche Delirium mit Maggie. Map. Schade. Cancer wäre toll gewesen. Okay. Okay. Ja, jetzt kommt der Spammer wieder. Curls of the Blind. Danke. Ja, das kannst du gerne machen. Ja, das kannst du gerne machen. Hört sich ganz gut aus, muss ich sagen. Das passt. Aber Delirium ist halt Delirium, ne? Okay. Oh, da guck dir die Delirium einfach mal an. Oh, komm, 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 komm. Risiko? Nee. Wir warten erstmal ab. Bis der Einzelraum da ist. Weil es ist echt ein Schlüsselarm heran, ne? Schlüssel- und Bombenarm. Sollte meine Fliegen mehr zu stark vergeuden. So, was haben wir hier oben drin? Naja. Mit vielen Bomben hätte ich die jetzt weggesprengt, aber so. Noch mehr Money. Warum steht hier so eine Maschine? Bringt das jetzt? Hätte das den Sack rerolled? What? Ach, die fliegen, ne? Und wir bekommen Spider-Bite. Ist in Ordnung. Haben wir den Super-Geheimraum schon gesehen? Mit X-Ray Vision kriegen wir doch den Super-Geheimraum angezeigt, oder? Der Void, das ist, äh, die neue Ebene hier seit, ähm, in Afterbirth Plus. Mit dem neuen End-Boss Delirium. Versuche ich gerade, irgendwie hinzukommen. Was ist denn der Super-Geheimraum? Ne. Ja, für sieben das Kaufen war Piggy Bank. Okay. Die Pockets haben wir auch noch. Und den nehmen wir auch noch mit. So. Ach, da drüben wurde ja schon angezeigt. Habe ich nur nicht gesehen. Nehmt mal Spannung. Ja, weil ich habe ein bisschen Angst vor Tier-Star. Speed-Up ist ja super wichtig, immer noch. So. Boss. Es ist mega fett, eh. Aber also, wenn man fliegt, ist der recht easy. Gut. Ja, wissen wir auch noch nicht, was es ist. Ich hoffe, jetzt kommt Krampus. Pentagram-Weltklasse. Krampus wäre super. Ah. Dann nehmen wir natürlich trotzdem. Contract from below. Okay. Das ist gut. Da wir eh wenig Consumables bekommen, ist das ganz nett. Das ist gut. Och, wieder Curse of the Blind, Mann. Ach, da spawnt auch so Mini-Viecher da. Okay. Das sind Mini-Monstros. Das war's. Das war eine Tele-Pille, ne? Na, gut. Okay. Hä, was lebt noch? Ach, die spawnen nochmal so ein Teil dann, ne? Das XL? Ne, ich hab der Curse of the Blind. Kann ja nicht XL sein. Ja, sag ruhig, der will. Was macht der? Ach, den kann ich ja zum Schluss treffen und der brennt. Okay. Ich sag ja, ich hab ihm Creed Mode ausweichen gelernt. Das ist nett. Da sind drei blaue Herzen umgerechnet. Sauber. Und nochmal. Eine Pille für Maggie am Start. Immer eine Speeder-Pille. Geil. Ach, deswegen hat Maggie jetzt auch schon eine Pille. Oh, warum dreht der sich nochmal? Arsch. Ich hab gerne auch eine Joker-Karte oder sowas. Nepp. Wo ist der Eiz im Raum eigentlich? Wo ist der Eiz im Raum? Da ist er. Ich will eigentlich gar nicht mehr mehr Damage. Ich will nur noch Tier-Raid ab. Und wir bekommen... Alles klar. Alles klar. Und das mit der Tier-Raid. Weltklasse. Weltklasse. Restock. Alter, was ist das für ein Run? Restock. Okay. Real THC, hi. Grüße dich. Was ist das für ein Run? Maggi-Proptosis. Maggi-Proptosis. Gapi. Lilkisch. Okay. Krass. Neun Stunden, 30 Minuten. Ja, ich bin jetzt schon an meinen Pen. Nein, Spaß. War Spaß. Ich freu mich. Könnte länger sein. Und Curse of the Darkness. Naja, besser als Curse of the Blind, ne? Und ich hab ein gutes Gefühl bei diesem Run. Ha, ich hab's gesehen. Die ist ein bisschen dunkler. Ja. Friends till the end. Ja, Mega Blast wäre auch toll. Dann hätte ich endlich mal mein 1001% voll. Okay, das will ich... Kannst du mitnehmen? Das ist unnötig, aber... Ich seh gar nicht, was hier los ist. Ach, hier oben. Okay. Ja, das geht. Das geht. 24 Stunden ist, glaube ich, heftiger. Das ist definitiv heftiger als 12, ist ja klar. Oh, das geht. 12 Stunden zoffen geht schon. Ich werde wieder an Schlüsselarmut sterben. Zum Glück haben wir Contract from Below. Ich seh nicht mal die Spinnen hier. Ich seh sie nicht. So, jetzt. Shop wäre schon nice, ne? Gerade mit Restock. Ja, das ist natürlich nice. Bisher hatte ich im... Erstens schlecht gespielt. Zweitens nicht wirklich tolle Items. Im Creedier-Mode. Sag ja, ich werde an Schlüsselarmut sterben. Wenn ich jetzt den Shop genüge, kann ich nicht mal rein. Ja gut, da sind wieder Schlüssel. Ne, das brauch ich nicht. Und Habit, ja, das ist natürlich auch Weltklasse. Oh. Soll ich das mitnehmen für die Speed-Up-Pille? Ich lasse aber leben. Ne, ich nehme lieber hier Gappis-Paw mit. Und kaufe mir ein paar Schlüssel. Den Gappis-Paw sind jetzt im Moment nochmal sechs Herzchen. Kiste in Kiste in Kiste, ja. Schauen wir mal. Kiste in Kiste ist ja schon. Kiste in Kiste. Kiste in Kiste. Kiste in Kiste. Das ist wieder groß. Und ich kann das nicht nutzen. So, dann Mom, ne? Es Mom, ne? Jawohl, es ist Mom. geht. Ui, sie hat mich gebrochen. Betrayal. Nein, danke. Nein, danke. Sollte ja easy machbar sein alles hier. Bis auf Delirium, da bin ich immer noch mal gespannt, was da passiert noch. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Zwei Mal geschafft zwar, aber... Mystery Zack hat dir ein blaues Herz fallen lassen, auch geil. Ja, Betrayal ist komplett unnötig einfach. Das ist wirklich komplett unnötig. Natürlich. Clutony. Clutony. Nochmal Range Up. Äh, Speed Up. Geil, was hier noch nicht will. Munzen brauche ich jetzt eh nimmer. Ach, ich sehe es doch. Ich muss doch gar keine Bomben verschwenden. Ja, nehmen wir den mit, oder? Nein! Von hinten. Okay. Ey, wie oft der kommt? Den haben die so häufig drin mittlerweile. Ich meine, jetzt mit der Power, die ich habe, ist das egal. Dass ich nochmal einen HP habe. Dann nehmen wir auch mit. Mit Night Snack. Okay. Das hier ist neu, oder? Ranger ist das. Okay. Was ist hier? Friends till the end. Friends till the end. Hier ist es ein bisschen dunkler, ja? Ja. Ja, Kök. Ein bisschen dunkler. Eigentlich schade, ne? Eigentlich schade. Das ist ja wirklich immer ein geiler Gag. Weil man läuft ja immer dran. Also es... Ganz ehrlich, bevor ich Abel hier rumfliegen habe. Ich bin... Oh. Ach, guck mal einen an. Ein Traum. Fücherwurm. Es sind fünf, Devil. Es sind fünf. Aber jetzt habe ich manchmal Doppelproptose-Schüsse. Boah, geil. Und ich nehme natürlich das hier jetzt mit. Warte mal. Ich nehme das hier mit. Fünf Bücher brauchst du für Bücherwurm. Wie, warum doppelt? Ja, das macht die Verwandlung, genau. Bücherwurm macht das. Aber ich will dich ja nicht spoilern. Guck, ab und zu kommen so Doppel-Schraust hier. Ich habe jetzt so ein Monokel hier hängen. Der Nightwood ist ja gnädig. Der macht das ja gar nicht so oft. Das ist was Neues. Something's wrong? Okay. Whatever. Okay. Das Buch ist halt Weltklasse jetzt. So, ich bin ready. Okay. Oh, ich kann direkt hier hingehen. Eigentlich bin ich so OP. Eigentlich sollte ich da direkt hingehen, ne? Ja, komm. Bye, bye, Devil. Ich habe hier, weil ich es nicht mitnehme. Oh, der ist ein Unsichtbarer. Also. Perks. 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 So. So. Weiß gar nicht, wie das ist. Ob hier der erste Boss schon Delirium sein kann. Nein, nein, leider nein. Scroll-Ax ist es, okay. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Scroll-Ax? Ach so, weil wir ja in dieser komischen Dings da drin sind, ne? Ja, das gibt jetzt ja lange. Das ist doch eher frail. Vom Aussehen. Oh mein. Endlich. Bomb, super. So. Tschüss. Ich wollte es schon geil gemacht, obwohl sie sich natürlich auch einfach in ganzen alten Räumen bedient haben, ne? Das ist ja auch ein bisschen simpel. Aber ist cool. Hä, wo ist es? Da drüben ist noch einer. So. So. Ein Mini und ein riesengroßer. Oh, guck mal hier. Okay. Okay. Und ist das? Anniversary. Tschüss. Noch mehr Damage. Da ist direkt der nächste Boss. Ich will da eigentlich noch gar nicht hin. Ich will erstmal meine HP wieder voll machen. Da ist schon noch ein Boss. Ohne Full-HP brauche ich da jetzt nicht hingehen. Batterietrobs wäre natürlich Weltklasse. Doch, guck mal. Stimmt, kann ich mir ja nochmal HP dazuholen, ne? Äh, nochmal Damage dazuholen. Warum hat der jetzt jetzt aufgeladen? Der Schlüssel hat so ein bisschen geleuchtet, ne? Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Ups, nee, das will ich nicht jetzt. Challenge-Up muss jetzt nicht sein. Ähm. Nein, falsch. Das liegt ja noch da, das Teil. Weil, ob ich gleich ein rotes oder ein blaues Herz habe, ist beim End-Boss vollkommen wurscht. Darum wollen es lieber nochmal Range und Damage dazu. Warum habe ich jetzt einen vollständigen Super Meat Boy? Ich bin komplett überfragt. Aber ist cool. Also, nehme ich, ne? Was? Was? Da war eine kleine Spinne. Kacke. Noch ein Lack ab. Okay. Scheiße. Der ist neu. Die will ich gar nicht nutzen jetzt. Da ist auch ein Boss. Da ist auch ein Boss. Kann man eine Batterie haben. Herzchen auch gut. Haben wir alles, ne? Gehen wir Bosse fahren? Forsaken ist es. Und tot. Gut. Nee, das will ich gar nicht. Quor ist es. Tschüss, Quor. Das ist auch geil. Können wir doch auch hier nutzen, ne? Boom. Ich könnte ja Eternal Life noch mitnehmen, also Broken Ankh. Isaac. Okay. Fuck. Isaac ist natürlich heftig. Okay. Dann wird es einer von denen da oben sein. Oder es geht noch irgendwo hin. Ja, machen wir natürlich. Wenn wir jetzt mal voll HP, machen wir erstmal Bosse. Ach, jedes Mal laufe ich da rein. Das will ich nicht. Falsch, wie vorhin. Ein HP-Up wäre noch cool. Kann ich mir nochmal... Für jedes HP-Up kann ich mir Damage geben. Satan. Natürlich, warum nicht? Was die der something wrong macht, weiß ich auch noch nicht. So, es geht los, Leute. Delirium. Okay, gestern haben wir irgendwie mehr Schaden gemacht. Ich verstehe, den Bosse immer noch nicht. Komisch, Loki. Anniversary. Fuck. Das ist Marm. Da ist Delirium. Nein! Oh mein Gott. Und jetzt wieder Loki. Aber Loki hat es verschwunden. Loki ist geportet. Und jetzt sind sie böse oder was? Und jetzt... Ich verstehe das Ganze nicht. Es sind halt verschiedene Bosse... Fuck. Aber manchmal sind die super schnell, einfach nur. Das ist jetzt Bloat oder was? Komm, Bloat. Geh weg. Nochmal Bloat. Bloat sich ab. Gut. Nein! So ein Billow-Schuss getroffen worden. Oh. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein bisschen Damage gemacht habe, und der wechselt die Form, kommt wieder was anderes. Das ändern wir jetzt. Alles klar. Whatever. Alles klar. Oh mein Gott. Da ist Delirium. Ruf! Ruf! Sterb doch jetzt. Ist er tot? Er ist down, oder? Yes. Boah. Alter. So, Amok. Ich habe was freigespielt. Ich habe es aber nicht aufgepoppt dieses Mal. Naja, vielleicht kommt es jetzt gleich. Puh. Uterist. Okay. Uterist. Geil.